Ich glaube, ich habe da gerade einen Typen wegfliegen sehen. Auf einem Drachen. Wie verrückt ist das denn? So ein Drache ist schon was Feines. Immer Feuer und Flamme fürs Herrchen. Haken zahlen nicht! Hierher! Volltreffer! Ab und zu mal Gassi fliegen. Alles klar! Sonst regeleicht und gut erzogen. Was sagst du dazu? Ja! Fliegen weg, bumm! Hol dir deinen geflügelten Freund nach Hause. Dreamworks Dragons. Die Wächter von Berg. Täglich um Viertel vor Acht.